Ja, keine Frage, bislang ist das durchaus ein roter Oktober und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster der DAX, 2,5% im Minus, der englische Fuzzi, der FTSE 100, sogar über 3% im Minus, das ist der größte Fall seit Januar 2016 und auch die US-Indizes sind durchaus unter Druck. Die ersten beiden Handelstage des Oktober an der Wall Street, sowohl bei S&P als auch bei Dow Jones, zählen zu den viert schwächsten seit dem Jahr 1928, also da ist durchaus was passiert, der Dow Jones zumindest auf Future Basis im Vergleich zu dem Stand kurz vor dem ISM-Index, der gestern ja veröffentlicht wurde, 1000 Punkte tiefer, ISM-Index ist schon das Stichwort, das war der Auslöser, die Rezessionssorgen, die Erkenntnis der Realitätsschock der Amerikaner, oh, wir sind Teil des Planeten und sind auch offenkundig von der Schwäche der Industrie in China, in Europa betroffen, das ist ja eine faustdicke Überraschung, damit konnte ja keiner rechnen, am allerwenigsten Sid Donald mit seinem Handelskrieg, wie sowas passieren kann, ist ja kaum zu glauben. Schauen wir uns mal aber eine wahnsinnige Parallele an zum Jahr 2018, Oktober, da haben wir eine ganz ähnliche Struktur, wie Sie hier sehen, 2018, es ging rauf, ging ein bisschen runter, dann ging es wieder rauf und dann kam der sehr heftige Abverkauf, genau dasselbe Muster, nur ein paar Tage früher, schon im Oktober haben wir derzeit, und die Faktoren sind natürlich auch ein bisschen giftig, einfach weil man das Gefühl hat, dass jetzt die Geduld der Märkte am Ende ist, ein Stück weit, das gilt zunächst mal für den Handelskrieg, wie oft hat man irgendwelche Hoffnungsrallys eingepreist, jetzt sieht man, was für ein Schaden unter anderem durch den Handelskrieg vor allem in der Industrie erst einmal entstanden ist und will jetzt irgendwie konkrete Ergebnisse sehen, deswegen wird eines der drei großen Themen jetzt in den nächsten Tagen sein, eben die Reise von Liu He nach Washington, da wollen die Märkte jetzt was sehen, da muss jetzt konkret mal irgendwie eine Ansage her, dass man vielleicht seitens der USA auf die Anhebung der Zölle verzichtet, irgendwas was konkret ist, was den Märkten vielleicht wieder Hoffnung geben kann, das zweite ist der morgige ISM-Index-Dienstleistung mit der Fragestellung, greift die Schwäche der Industrie auch auf den Konsum über und dann am Freitag natürlich die US-Arbeitsmarktdaten mit der Frage, greift die Schwäche der Industrie auch auf den Arbeitsmarkt über, wir haben hier zum Beispiel eine interessante Statistik, wir hatten ja heute die ADP-Arbeitsmarktdaten mit 135.000 etwas schwächer als erwartet, vor allem aber wurde der Vormonat doch deutlich nach unten revidiert und wir sehen hier, das sind 8 von 10 Fällen in den letzten 10 Jahren, der ADP deutlich optimistischer war, als dann die ADP-Zahlen reinkamen, also die großen Arbeitsmarktzahlen und zwar zwischen mindestens 10.000 zu hoch bis 175.000 Stellen zu hoch, also es kann sein, dass wir morgen da eine Zahl, nicht am Morgen, sondern am Freitag eine Zahl unter 100.000 sehen und das wäre dann der nächste Beleg, dass da möglicherweise sehr viel Sand im Getriebe ist und diese unglaublich pelzige Art der Amerikaner, die meinen, sie hätten mit der Restwelt nichts zu tun, dann ein Stück weit an ihr Ende kommt. Die Märkte jedenfalls haben durchaus reagiert, aber vielleicht hier noch kurz, hier sehen wir die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone, sagt hier ein durchaus humoriger Kommentator, sieht aus wie Bitcoin-Charts, nehme ich erst ziemlich steil rauf und dann sehr steil runter. Wir haben gestern zum Beispiel auch aus der Schweiz 44,1 Einkaufsmanager-Index-Gewerbe, also selbst die honorige Schweiz ist unter Druck, aber jedenfalls das hinterlässt natürlich Spuren an den Märkten. Wir sehen hier eine Grafik von Sven Hendrik, wir sind hier aus diesem Aufwärtstrend, diesen langfristigen Aufwärtstrend herausgefallen, sind genau wieder dran gelaufen und sind jetzt, das ist der S&P 500, und sind jetzt dabei auszubrechen beim WIX, bei der Wohlererwartung auf die S&P 500 Aktien und wären dann, wenn dieser Ausbruch sich bestätigt, auf dem Weg zu 26, 27 im WIX und das würde noch einige Schmerzen bedeuten. Wer ist schuld an dieser ganzen Geschichte? Donald Trump hat eine Antwort gefunden, das ist dieser ganze Impeachment-Nonsense, also diese ganze Diskussion um die Ukraine-Affäre, Impeachment durch die Demokraten, etc. This is driving the stock market, aber das ist genau das, was die Demokraten tun wollen, sie sind willens, das Land zu schädigen, nur wegen den Wahlen im Jahr 2020. Und jetzt hat Trump neben der Ukraine-Affäre ja auch das Problem, dass er maßgeblich Biden angeschossen hat, Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, mit diesen Fragestellungen, mit dem Bitte an die Ukrainer und wohl auch an die Australier in Sachen Biden ein bisschen nachzuhelfen, weil er eben in Joe Biden den stärksten Konkurrenten fürchtete. Jetzt ist es aber so, dass die Umfragewerte für Biden auch aufgrund dieser Geschichte zurückgehen, während Elizabeth Warren, die für die Wall Street sehr ungünstig wäre, weil sie eben Schluss machen will mit Buybacks und diesem ganzen Zauber, der die Wall Street reich macht und die anderen ärmer. Damit will sie Schluss machen und sie hat eigentlich ganz gute Chancen, weil sie mit einem Schlagwort Structural Reforms oder Structural Change, wir brauchen Strukturänderungen, so kann es nicht weitergehen. Das verfängt bei vielen Amerikanern, die eben sehen, dass ihr Leben nicht besser geworden ist. Sie arbeiten mehr für weniger Geld. Und jetzt hat sich also hier Trump möglicherweise auf den Falschen eingeschossen, hat sich den Impeachment-Talk sozusagen hier an Land gezogen, was schon mal negativ ist und Elizabeth Warren profitiert in Umfragen und Wettbüros, liegt sie deutlich inzwischen vor Biden, dürfte momentan die klare Favoritin sein. Also, das war vielleicht nicht so wahnsinnig klug von Sir Donald und das gilt wohl auch für den gesamten Handelskrieg. Wir sehen zum Beispiel in den USA jetzt schon Brüche bei der Mittelschicht. Wir haben heute wieder Autodaten, bekommen Autoverkäufe, Ford etwa die Verkaufszahlen aus dem dritten Quartal minus 4,9 Prozent, SUVs minus 10,5 und die normalen Autos minus 29,5. Und das kann auch damit zusammenhängen, dass die Mittelklasse in den USA sich einen Mittelklasse-Lifestyle gar nicht mehr leisten kann und Ford ist ja irgendwie so ein typisches Mittelklasse-Auto. Inzwischen ist es so, wie das Wall Street Journal hier zeigt, dass die Autoverkäufer mehr mit der Finanzierung dieser Autos verdienen als mit den Autos selber. Die Marge ist also bei der Finanzierung besser als bei dem Verkauf des Autos selbst. Das vielleicht noch am Rande erwähnt, wir haben dann heute was den Dow belastet. Boeing, ein Whistleblower aus Boeing von Boeing, der sagt, der Konzern war vorwiegend auf Kosten und auf die Kostenstruktur fokussiert, statt auf Sicherheit und Qualität. Genau das ist der Fall. Boeing heute deswegen stark unter Druck, deswegen auch der Dow Jones natürlich unter Druck, weil Boeing ein Schwergewicht ist. Insgesamt gilt aber, dass wir die Situation haben, anders als in den 90er Jahren. Die Fed hat die Zinsen gesenkt. Wir sehen, dass dennoch die Aktienkurse nicht steigen, dass die Renditen fallen hier. Anders war das in den 90er Jahren. Dieser Chart ist extrem wichtig, weil er die Differenz zwischen den 90er Jahren zeigt, als die Fed die Zinsen gesenkt hat, aber die Aktien stark gestiegen sind, weil die Renditen für Anleihen gefallen sind. Heute fallen ebenfalls wieder die Anleiherenditen und die Aktienkurse eben auch. Wir haben jetzt also einen Einklang zwischen fallenden Renditen und fallenden Aktienkursen. Man hat das Gefühl, dass vor allem die EZB mit ihrem Latein am Ende ist. Mario Draghi mit der Aussage, ja, so langfristig sind so negativ sind sie schon schädlich irgendwie. Da ist zwischen den Zeilen viel bemerkbar, dass die EZB mit ihrem Latein am Ende ist. Und jetzt müssen es die Staaten richten, sagt Draghi. Ihr müsst jetzt mal richtig all in gehen, müsst jetzt Strukturstimuli bringen, müsst irgendwie mal Geld ausgeben, damit die Wirtschaft eben hier unterstützt wird. Das sei der entscheidende Punkt. Was macht das alles mit den Charts? Das wollen wir uns hier mal anschauen. Bums, das ist der Dow Jones. Die Charts waren von vergessen. Wir haben jedenfalls den Dow Jones über 1000 Punkte jetzt seit dem gestrigen Hochkurze vor den ISM-Daten. Also da ist was passiert. Knapp über der 26.000er Marke. Wir sehen den S&P 500, wenn er denn kommt, auch deutlich unter Druck, dann nehmen wir den DAX. Wenn er kommt, jetzt verlassen Sie mich. Jedenfalls der DAX ist 2,5% im Minus. Gestern hat mich noch jemand angeschrieben, hat gesagt, Herr Fugmann, immer so negativ bist du. Und im September hat der DAX über 4% zugelegt. Das sind für mich immer so Indikatoren, dass da möglicherweise bald was nach unten kommt. Und ich versuche den Chart nochmal neu zu laden. Lädt er sich? Das ist die große Frage. Jedenfalls sehen wir den DAX unter der 12.000er Marke. Wir sehen alle Risikoassets unter Druck. Öl schwer unter Druck nach Lagerbeständen. Oh, da ist was. Ja, da ist er. 11.912. Ein bisschen abgerissen, aber immerhin. 11.912. Also da ist was nach unten gegangen. Wir sehen, dass der Euro nach oben geht. Dass die Gemeinschaftsführung wieder deutlich über der 1.09er Marke ist. Auf dem Grund, ich habe hier eine leichte Verzögerung im Internet. Ich nutze die Gelegenheit, um einfach mal vielleicht darauf hinzuweisen, wenn es denn kommt, dass wir also wieder über die 1.09 sind. Das sagte ich bereits. Ich warte und warte. Jedenfalls sehen wir, dass eben Risikoassets, kaum wartet es der Stunde, schon ist der Chart wieder da. 1.0946 aktuell. Wir waren schon fast bei der 1.096 Dollar Schwäche wird jetzt das Thema. Die Märkte begreifen langsam, dass die USA auch ein Problem haben. Wie gesagt, nicht ein anderer Stern. Das war ja die, mit einer der Hauptursachen für die Dollarstärke A, weil es da Zinsen noch gibt in den USA und B, weil man das Gefühl hatte, den Verdacht hatte, den falschen Verdacht wohl, dass die US-Wirtschaft eben noch besonders gut dasteht. Schauen wir mal, ob Gold funktioniert. Jedenfalls ist das gestiegen. Das haben wir ja 1.499 knapp an der 1.500er Marke und Crude Oil, da muss ich ein bisschen robuster draufdrücken. Jetzt mag er gar nicht mehr. Jedenfalls Crude Oil deutlich unter Druck, auch fast 3%. Ich nutze die Gelegenheit, um einmal ganz kurz Ihnen zu displayen, dass wer über Capital.com hier Devisen handeln will, zum Beispiel. Der hat sehr gute Konditionen bei Euro-Dollar, 0,6 Pip. Bei vielen anderen Währungspaaren 0,8 Pip. Bei British Fund gegen US-Dollar. Also da kann man schon mal was an den Start bringen. Schauen wir uns jetzt mal das an, was ich morgen machen werde. Ich werde nämlich morgen in die Hauptstadt der Blasen schlechthin reisen. Das ist, Sie werden es kaum erraten haben, München. München ist offiziell jetzt Nummer 1 der globalen Immobilienblasen vor Toronto und Hongkong. Ja gut, in Hongkong, da geht es jetzt mit den Preisen ein bisschen runter. Wir haben da gesehen, dass die Einzelhandelsumsätze um 25% gefallen sind zum Vorjahresmonat aufgrund dieser Turbulenzen in der Stadt. Aber jedenfalls in Sachen München wollte ich eins noch mal loswerden. Ich bin ja exilierter Münchner hier bei Fischköpfen in Norddeutschland. Und ich möchte eins jetzt zur Wiesnzeit, zur Oktoberfestzeit mal endgültig loswerden. Es heißt nicht, wenn man auf die Wiesn geht, dann trinkt man keine Maas, wie die Norddeutschen die Fischköpfe sagen, sondern man trinkt eine Maas, ein dunkles, volles, schönes, kurzes A, eine Maas und keine Maas. Und wenn Sie dann schon zwei Maas getrunken haben, dann sagen Sie bei der Bestellung der dritten Maas, sagen Sie, sehen Sie, stell einmal ein Maas auf, ich habe einen Durst. Und dann sind Sie als Münchner völlig anerkannt. Ich wünsche das Allerbeste. Ich hoffe, wir sehen uns nach meiner kleinen Pause am Dienstag wieder zum Videoausblick. Ich wünsche ein wunderschönes, langes Wochenende und sage Servus und Ciao. Und denken Sie an die Maas. Ich wünsche euch das Allerbeste.